Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Smite. Heute spielen wir JMoJOS Support. Ich habe keine Ahnung, weswegen wir vier Magical Leute haben. Irgendwer, also ich glaube die Morrigan hat einen Mage gepickt, obwohl wir schon, also ich glaube Morrigan und Sol haben Mages gepickt. Was ich persönlich jetzt nicht so geil finde, aber naja, ist jetzt auch egal. Was es jetzt soll, kommt man nicht mehr von, äh, kommt man nicht mehr von weg. Äh, ich nehme einen Multipot mit, glaube ich. Ja, ich nehme ein paar Multipots mit. Ich hoffe, dass es, warte, macht es überhaupt Sinn? Ne, ich brauche keine Multipots, ich bin doof. Ich brauche, äh, Healing-Pots. Das war, das ist nicht klug. Ähm, was ist das? Ja, ja, wird schon irgendwie. Ich glaube vier sind zu viel, ich nehme nur drei mit. Ja, das ist. Wird schon mit wir gehen. Ähm, ich dachte, ich spiele mal JMoJOS, weil ich den neuen Skins schon für sie freigespielt habe aus dem Battle Pass. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, ich bin mal vergessen. Irgendwie Psy und irgendwie sowas. Spy irgendwas. Bestimmt, glaube ich. Ähm, ich hatte dazu auch schon Skins, äh, Skinsvorstellungen und sowas gemacht. Okay. So, ähm, ich glaube, wir skinnen die Zeit zuerst. Ja, das ist das beste, glaube ich. Da habe ich in dem Fall erstmal. Das macht mir Schaden und ist, äh, ja, am besten. Wow. So, komm mal her, bitte. Äh, ich muss noch kurz warten, bis ich fertig werde. Den Buff. Ich hoffe darauf, dass sie bald auftaucht. Lol. Der... Die Leute haben einfach den Buff nicht mitbekommen. Ihr müsst so auf die Minimap schauen. Leute, das hat sehr gut getroffen. Oh, ich hasse jetzt schon. Das wird eine sehr neffige Lane. Das wird eine sehr neffige Lane. Weil einfach, äh, beide sind unglaublich anstrengend. Äh, hier. Äh, äh, Spalankin macht einfach krass viel Schaden mit dem Auto-Tax. Ähm. Okay, können wir den Quatsch bitte lassen? Oh, oh, komm, 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 komm. Okay. Die kommt auch nicht ran. Ja, gut. Ist das auch noch nicht okay? Ich kann ja auch leiser machen. Ähm. Ich glaube, ich meine, ja, wir haben zwar das Beste bei Heilung und so. Aber wir sehen recht okay aus bisher, glaube ich. Äh, sind die hier hinten? Ich weiß nicht, wer sind. Ich glaube, sie sind da hinten, oder? Wir sind hier. Äh, okay, er geht hier lang. Ach, ist da hinten. Oh, ich bin auch mal getroffen. Sehr schön. Ah, schade. Oh, lol. Das hat sich nicht getroffen. Oh, sehr schön. Alter, das war perfekt. Oh. Ich bin auf dem Weg. Äh, ich hab... Okay. Das war sehr, sehr cool. Wow. Äh, hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir das hinbekommen gerade. Aber, na gut, das ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Das ist alles super. Ich dachte erst, okay, wie sie ist jetzt so aggressiv. Oh Gott, was macht sie jetzt? Aber, äh... Das war doch... Hat einen Plan schon mal hinterher. Beziehungsweise, äh... Sie ist nicht gestorben. Guteserweise. Ich glaube, ich kann jetzt sogar schon Mitte gehen, aber ich lass es mal. Weil, gefühlt, desto früher du in die Mitte gehst, desto, äh... Hier, desto besser, irgendwie. So viel ich jetzt nicht bekommen hab. Von der Season. Oh, ich treff ihn, ich treff ihn. Ich treff ihn nicht. Ha! Lol. Egal, ich mach Schaden. Sie ist schon in level 4, was super ist. Wir gehen rüber zum... Wir könnten auch das hier machen. Falls wir wollten, aber wir lassen... Ne, wir lassen es. Okay. Äh... Die Viecher hätten schon noch nicht gemacht, aber egal. Ist jetzt so. Mach mir das Ganze hier einfach. Äh, die müssen eh wahrscheinlich gleich zu ihrem eigenen Buff. Daher können wir an sich eigentlich... Äh, sehr aggressiv sein. Wir können das Ganze machen, oder? Okay, wir sind nicht machen. Okay, egal. Keine Ahnung. So, by the way, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Götter ich jetzt nicht spielen soll, äh, gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Äh, weil ich hab langsam keine Ahnung, weil ich hab... Ich wahrscheinlich vergesse ich einfach irgendwelche Wünsche. Daher, äh... Falls euer Wunsch ist... Äh, falls euch das schon ein bisschen länger gewünscht hat, dass ich ein Gottspiele. Bestimmt ein Gottspiele. Und ich das vielleicht noch nicht gemacht habe, oder bisher noch nicht gemacht habe, dann könnt ihr es gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Einfach damit ich, äh... Nicht vergessen, sondern damit ich mich mal daran erinnere. Äh... Wir können das, die Fury hier machen. Oh, sie ist schnell bei 5. Oh, sie ist... Okay, das ist... Okay. Okay, dann helfen wir kurz Mitte. Glaube ich. Äh... Ja, ich glaube, es ist okay. Ich... Warte, kann ich nicht... Ich muss kurz warten. Oh, ich bin auf dem Weg. Ich bin hier. Die sind da. Äh... Oh, kann ich stehlen? Oh, der ist hinten. Okay, egal. Sie hat den Buff da bekommen, das tut mir leid. Äh... Lass uns das Ganze machen. Ich weiß nicht, ich habe ihn gehört. Ach, oh, der ist in der Mitte. Okay. Habe ich ihn wo dort gehört. So, ähm... Ich überlege gerade. Meine 2 funktioniert auf keinen Gegner. Gerade jedenfalls. Oh, leid. Ähm... Bin auf dem Weg. Ich habe kein Mana mehr, aber ich... Probier's trotzdem, wenn sie helfen. Ich finde es auch sehr interessant, dass sie ihr Mana... Also, dass sie dem Spruch Mana gegeben haben. Anstatt irgendwas anderem. Nein, ich muss hier nicht rankommen. Ich muss hier nicht rankommen. Ach, komm schon. Du warst zu weit von mir weg. Oh, lol. Dann, hi. Sehr schön. Der Unfall vielleicht... Ich glaube, ich war... Ich glaube, der war... Der Unfall nicht übertrieben, aber... Egal. So, äh... Ich würde weggehen. Ja, ich gehe weg. Ich habe jetzt genug Geld für das Teil schon lange. Ha! Lol. Hat die... Äh... Sorry, was hinbekommen? Ja, zwei Kids war... Oder das war Anfang stummt. Lol. Ich bin sehr vergesslich. Egal. Äh, nimm mir Wards mit. Und ich brauche nur einen. Genau. Und Bewegnung drüber. Sehr schön. Ich muss mal schauen, welches Alten... welches Alten ich mir kaufen möchte, um meine... Passivivへ voll zu bekommen. Äh, beziehungsweise meinen... meinen Omimeter. Da hast du einen sehr schönen Namen für das Ganze. Mhm. Okay, was geht... Okay, die Soul geht da hinten ab ein bisschen. Ich bin auf dem Weg. Ich habe zwei kleine Ult mehr, aber vielleicht können wir ein bisschen ein precede sin bekommen. Der hat doch schon geultet. Wir haben auch eine... Oh Gott, ich muss auch passen. Oh, warte, wir können trotzdem angreifen, hat sie ult? Oh, sorry, aber wir haben sie bekommen, ich muss irre bisschen ihn bekommen, ich dachte okay, wenn der jetzt irgendwie weg springen kann, dann kommt er weg und das wollte ich nicht haben, da war ich stark gegen, verständlicherweise glaube ich, heilen wir sie noch ein bisschen, dann können wir es fertig machen, sehr schön, die Soul gefällt mir wirklich gut, das ist eine coole, so, ich habe ein bisschen Angst, dass er gleich ulten würde, unter den Tower, würde ich erwarten von ihm, um ehrlich zu sein, da würde ich ihm zutrauen, ich wollte mal sagen wir mal hier hinten, und dann, warte, ich mache mal den Sound leise insgesamt, äh, die Musik einfach, so, wo ist der, wo, äh, Retreat, ich probiere mal kurz mitzuhelfen, muss man so ein bisschen verteidigen, ich könnte mich auf dem Weg mal zur Sololane machen, oh, das war glaube ich keine schlechte Idee, ein kleiner Gang auf der Sololane, ich habe mal eine Ult, vielleicht können wir ein bisschen da rumnerven, ich bin da auf dem Weg, vielleicht kann ich ihr helfen, und wenn sie nicht stirbt, was sie nicht tut, glücklicherweise, verdammt, da ist der MinecraftReport 99 auf dem Weg, aber nicht nur es geklappt, ohne es kommt auf dem Weg, wenn dann es vielleicht nicht realisiert, wenn dicho so, was was eigentlich passiert, bis nun im elétorkowego ist die Situation und das Home Kick nicht claw daran wenig ann regeneration an Lives Matter, weil ihr das dieterofоды, und irgendwie eine gemeinsame eineLaughnormation genannt wurde, weil sie sich erst damit거든요 fuhrenЛцы in was das dann schon fliegt, weil tenían 1 1 2 3-3 over 1 oder 2nd mit einem anderen Land und eigentlich eine Website bevor wenn die Sacklamentos ich kann sie kommt weg sie kommt weg sehr schön okay die es war etwas schwer gerade aber ich bin sehr froh dass wir ihn bekommen haben ich hätte vielleicht meine heilung ein bisschen später einsetzen müssen aber egal ich gehe mal kurz in die mitte ist doch irgendwie geil dass ich keine meine probleme habe also ich glaube wer meine probleme anführungszeichen ich habe natürlich cool an und sowas auch gar nicht mal so wenig aber es ist halt schon sehr nützlich dass das jetzt nicht zu schlimm ist alles das hier wurde gewordert oh wer fightet wo fightet oh okay ich bin auf dem weg oder ich könnte sie heilen euch verteidige einfach dann so wie es aussieht wenn sie jetzt weg ist dann heile ich dann verteidige ich kurz die lane und dann schauen wir mal wie es weitergeht hi du musst mich jetzt noch nicht verhalten es wird nichts also ich würde weg kommen du wahrscheinlich auch aber trotzdem das ist weniger gut ich bin einfach gut man das war sehr schön ich habe meine ults also ich hoffe dass sie irgendwie weg kommt ich halte ich halte jetzt ein bisschen heilung für alle kommt schon etwas getroffen nein achte kommt schon oh sehr schön sehr sehr schön ich bin überrascht dass wir jetzt alle überlebt haben also dass nur einer von uns gestorben ist auch nur zwei leute gestorben daher vielleicht jetzt nicht so das krasseste aber ist auch nicht schlecht ich halte ihn ein bisschen wo das ganze für meine heilung so dann kann ich noch ein bisschen da bleiben zu unterstützen so ich warte noch kurz ich muss ich muss meine heilung gerade weitermachen aber es war ein cooler fight gerade ich bin überrascht dass ich bin überrascht dass wir zwei Leute bekommen haben und auch wirklich überlebt haben also fast alle sehr cool wir laufen ich hatte schon genug gerne wieder weg zu gehen eigentlich weil ich kann mir schuhe kaufen und so der schaden ist schon schön hier ich muss ein bisschen aufpassen ich komme schon weg sie müssen auch weg zu kommen ich habe keine mana mehr oh lol haha wir haben auch aufgehört so halten wir sie noch mal ich kann trotzdem nicht helfen ich habe keine mana mehr äh Leute wir gehen einfach um ah schade fehlt noch mal eine ult das ist richtig krass die soll gefällt mir richtig richtig gut aber ich habe schon wie ihr mal gesagt ich glaube wir können den tower angreifen so halten wir uns mal ein bisschen so aber äh der oder gefällt mir nicht bisher ein paar oder drei kids ist nicht schön aber das ist glaube ich jetzt nicht zu schlimm denke ich jetzt mal wir werden schon entwehren bekommen wir können sogar weiter angreifen ich hätte meine ultimate um uns zu retten also äh ja um uns zu retten schon wenn wir dann was zu lange schaden machen können wir so lange schaden machen wir wollen hier erstmal oh ok das ist mehr schaden als ich gedacht hätte ok äh ich gehe eher weg dann weil das wird nichts wenn sie jetzt also ich muss weg gehen sie muss aufpassen dass sie jetzt nicht irgendwie äh gekillt wird ich glaube nicht dran also die ist sehr gut die überlebt schon ähm ich brauchte mana oder was brauchte ich äh komm schon weil ich bin k genau ähm wer ist das ähm äh äh kurdon warte äh mana mp5 ok weil dann würde das ja nicht viel sinn machen gerade daher muss ich mal schauen was denn äh nicht schlecht wäre ich glaub du wärst nicht schlecht kurdon lection äh magic protection health und so nehmen wir das ganze mal mit oder ne es ist sehr dumm das mitzunehmen wow ich bin doof äh ich muss mich gleich kurz entscheiden das ist nicht gut ähm bin dem physical protection mit bin dem phil ja bin wir das auch mit ist auch egal zum ende hin werden wir eh genug haben ist jetzt auch egal oh nein sie müssen aufpassen ich möchte sie darf nicht sterben sie darf nicht sterben sie geht ihn einfach äh 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 ach manu ich also ulla ist wirklich böse er hat auch er hat auch okay er hat nicht bloß da und pendant ist ja interessant wir können entweder wo ist da hinten okay er ist zu weit hin und was raus zu holen aber wir können uns ja an okay ich muss mich über ich mach mich rüber aufm weg um da ein bisschen zu helfen äh oder mitzufuhr ich hab keine ahnung ich bin aufm weg ich hab meine ult ich bin aufm weg ich hab meine ult okay egal äh äh warte was hat denn wieder Astro Minions ooooh das ging ganz schön schnell aber Backports sind wirklich sehr schnell sorry mein schaden ist so gering es ist wundervoll äh wir müssen kurz Mitte verteidigen das kann aber nicht wahr sein dass sie so weit oh Gott ach awesome also ohne mich hätte er da nicht überlebt wie ich mal kurz gesagt haben oh Gott bitte komm weg also ich hab meine ult ich hab meine ult um aufzuhalten ich hab meine ult um aufzuhalten ich verteidige mal kurz die lane noch ich möchte nicht dass der tower fehlt ähm sterben kann ich nicht jedenfalls dürfte ich nicht sterben können gerade mal weil ich kann ja schon klieren das ist nicht schön so äh sie muss aufpassen also er ist sehr aggressiv okay retweet retweet mädel geh weg da ich vertraue dem ganzen nicht okay äh tower ist weg ja ich hätte meine ult ich hätte meine ult so äh so ich lebe noch oh sehr schön soll ich den einfach raus am besten okay da muss ich leider raus jedenfalls sehe ich nichts oh das war sehr schön äh komm ich an sie ran ne komm ich nicht an sie ran äh sehr schön ähm wir können ähm kann ich den buff haben oh ich kann den mana buff haben ähm das gefällt mir doch wenn wir das ganz mal kurz angreifen dankeschön sehr schön nehmen wir das mit verbessern unsere buffs aber das ist so krass wie lange man einfach mit dem motor da bleiben kann äh einfach wegen wegen kein mana und sowas und das ist ja sozusagen äh man bekommt ja die fähigkeiten recht schnell hier ist ein ward ja hier ist ein ward natürlich ist da ein ward er hat uns gesehen aber egal nichts oh Gott was macht sie da oh oh ich kann es launen okay ich hätte meine ult wieder aber ich muss mal wieder weg gehen ja das ist eine ulti weg zu gehen ist das ganz noch da hier ist noch da ich finde es so krass wie spät die erst sichtbar sind ich glaube das liegt nicht an mir sondern es ist extra so oder ich glaube ich glaube ich jedenfalls weil ansonsten ist es ja nicht normal dass man sie erst zu spät sieht was möchte ich noch was möchte ich noch haben als item ich finde die motor ist wirklich gut jedenfalls ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg oh Gott Alter hier kommt noch mehr kommt sie weg nein ich bin auf dem weg ähm okay okay was geht ab hier was will sie von mir Ich Der Schaden ist etwas höher, als ich gedacht hätte Aber gut So, ähm, ich glaube, wir sollten gehen Oder? Bekommen wir noch? Bekommen wir noch? Komm schon Äh, ich bin stark dafür, dass wir gehen Oh, kommt er weg, kommt er weg Okay, da muss ich hier aufpassen, dass sie überlebt Äh Okay Oh Gott, wo kommst du? Nein! Oh, verdammt Den habe ich gar nicht gesehen Das war jetzt Ich war auf dem Weg nach hinten Ich dachte, okay, ich hätte, wer weggekommen wäre, wäre der jetzt nicht da gewesen Ähm, wir brauchen Wards Äh, so, was wollen wir noch haben? Das heißt, mit dem Item bekomme ich sehr viele Ja, ich bin voll damit, oder? War ich schon voll? Egal, egal So, dann nehmen wir Wards mit Ähm, was möchte ich haben? Möchte ich Blink haben? Ne Ich nehme Bait of Ransy mit Ich glaube, haben wir schon eins? Ne, haben wir nicht, okay, super Dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Ich glaube, Bait of Ransy ist eine schlechte Idee Einmal für die Teamfight und sowas Und ich bin halt wirklich, äh Wenn man mit mir in den Teamfight schadet, habe ich halt alle Gegner gefühlt in meiner Ult Also, ich mach sehr viel Schaden Also, nicht Schaden, ich bin sehr Große Fläche, Sloan und was sonst alles Und mein Team ist meistens um mich herum Daher, es wird das sehr gut Haben wir mal kurz ein bisschen Guten Tag Da, gestern, müssen wir da aufpassen Hm Und da So Ja, kurz was Das Ganze kurz Ich kann halt nicht noch mehr heilen Okay, was ist hier abgegangen gerade? Oh, okay Äh, ich hab ja Cooldown Ich kann noch einmal ein Schild rausha- Äh, einmal eine Heilung Ne, ein Schild raushauen Können wir nur ein Quatsch ein bisschen lassen? Wer ist der Dankbar für, Mann? Oh, ich hasse Ulla wirklich so sehr Der ist so anstrengend Also, halt wirklich Dieser Ulla ist so krass anstrengend Ich hasse es gegen ihn zu spielen Also gegen Ulla einfach insgesamt Das mag ich nicht gerne Ich bitte mal Treffen mit einem Autoflex Dankeschön Äh, Ult in 20 Sekunden wieder Hm, aber ich heile sehr schön Es gefällt mir doch So, der Skin gefällt mir auch wirklich gut Ich finde, ihr eigentlich einen Skin Ich finde den sehr cool Hallo Okay, das ist weniger gut Ein paar Sekunden, mein Ult ist da Oh, wow, das ist jetzt nicht gut gesetzt Okay, dann muss ich raus Äh, nee, es soll Oder? Alter Ich habe mein Bestes getan, ich habe die ganze Zeit geheilt und sowas Ich dachte, okay, jetzt hat die Zoll überlebt Leider nicht Was der traurig war Wieso habe ich ein Alarm nicht gerade? Keine Ahnung Egal Ach, stimmt Ah, ich verstehe Ich habe vergessen, ihn auszuschalten So Ein bisschen Heilung Verteidigung verteidigen Ich bin ja recht schnell Mhm, okay Nee, okay Dann, äh, ich bin auf dem Weg Der Tower wird jetzt eh nicht viel rausholen, wahrscheinlich Oder? Okay Sehr gut, alle waren hier Oh, hier ist noch jemand Hallo, wie geht's? Guten Tag Oh, da rennt sie weg So Äh, oh, die Ult war gar nicht mehr so schlecht Sehr schön Hören wir nochmal kurz ein bisschen Oh, mein Stun Unglaublich Das war doch mal schön Hallo, wie geht's? Okay, da treib ich eh nicht Jetzt wird der jetzt hier schon wieder Okay, ich heile Halten wir nochmal kurz ein bisschen durch Ähm Okay, wir sollten retreaten, bitte Wir sind recht low hier Ich heile ein bisschen, aber nicht so übertrieben viel On my way Wir können das hier angreifen Und dann können wir weiter schauen So, ich heile nochmal kurz ein bisschen hier durch Äh, wir könnten auch das Ganze schnell machen, aber Es sieht nicht so aus Egal So Ah, meine Heilung ist schon ein schönes Gefühl Das klingt mir so gut Also, äh, ich glaube, ich sollte die Moja mal öfter spielen Ich glaube, ich habe keine schlechte Idee Ähm, wir hätten das Ganze mal machen können, aber es ist jetzt zu spät Was möchten wir noch haben Ähm, oh Lotus Con Noch mehr, viel mehr Heilung und so Uh, nehme ich gerne mit Haben die schon Anti-Heal gekauft? Wahrscheinlich, oder? Äh, kein Anti-Heal Kein Anti-Heal Kein Anti-Heal Kein Anti-Heal Also, der kauft sich jetzt Anti-Heal Aber wieso tut der Rest das nicht? Sehr besonders Oh, leul Äh, was geht hier ab? Okay, we treat Oh, okay Wieso waren alle da? Hallo Das ist eine interessante Fähigkeit Ähm So, damit hast du deine Fähigkeit raus Und er ist der Low Jetzt sogar schon Äh, ich habe keinen Mana mehr LOL Okay, awesome Damit hat er dann, damit hat er dann noch etwas raus Äh, wir haben kein, äh, ich glaube, wir haben erstmal kein Problem mit den Gegnern Ich verstehe nicht ganz, wie das passiert ist, dass der Loki da so alleine war auf einmal überall Aber egal Oh, sie ist hier Guck mal her, bitte Oh Nee, da kommst du nicht raus, junge Dame So Nein, ist nicht gestern, schade Aber egal, wir haben genug andere Dinge geschafft Wir tanken ein bisschen durch Ich kann nicht alle Autotext tanken Das tut mir leid Bitte Nein, ich habe mich getroffen Oh Gott, das ist jetzt ein Problem Das ist jetzt ein Problem Verdammt Hätte ich das getroffen, wäre es erstmal schön gewesen Okay, da muss ich aufpassen Ähm Leute, ich tue schon mein Bestes Nein, ach verdammt, okay, bye bye Oder? Oh, verdammt Ich habe halt keinen Manner mehr, sorry Oh, was macht er da hinten? Und wieso macht er das? Oh, hat ihn da bekommen, sehr schön Muss ich nur aufpassen, dass davon nicht getroffen wird Oh, komm, äh, nee, okay, das war's jetzt für ihn Das war's jetzt für ihn Tschüssi Oh, noi Oh, komm, du weg? Du, du warst visible So, ähm, ist jetzt weniger gut hier gerade Äh, 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 ich tue viel besser mit Frenzy Okay,ja, jetzt, jetzt, nicht ist das beste, aber wieso nicht Mhrm, ich habe noch nicht genug Geld für das Teil Was davon möchte ich überhaupt haben? Äh, ich weiß ich versteh nicht ganz, wie das, wie das funktioniert Aber ich kann es mal ausprobieren. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist nicht gut. Sol, wir brauchen dich. Ich treffe auch nicht. Irgendwie will ich noch nicht ulken. Auch wenn das keine schlechte Idee wäre. Ich kann niemanden sehen hier. Oh Gott, hi. Können wir den Quatsch lassen? Das ist mal so die wichtigste Frage. Aber ich spiele halt wirklich nicht gerne gegen Ulla. Das ist wirklich nicht schön. Warte mal hier. Oh, 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 sorry. Das wollte ich gar nicht sagen. Äh, mir ist nicht egal. Was gibt bei dir hinten? Hallo, wie geht's? Äh, also was macht der da hinten? Oh, Scheiße. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Guten Tag. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Angst. Nein! Ach, krass das. Ich konnte nicht sehen, wo die hin sind. Ich bin so tot. 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 Aber trotzdem ist Zeit wirklich kacke. Sie kann halt nicht einfach gehen. Also, wir haben eine Chance das Ganze noch zu verlieren, was ich nicht gut finde. Ich bin so tot. Okay, sie ulti. Okay. Wieso ulti? Hm. Good bye. Oder? Wir müssen weg, bitte. Komm bitte weg. Wieso? Alle verschwenden immer ihre Ults. Wieso verschwenden alle immer ihre Ults? Es ist wenigstens der Feindant geworden. Daran müssen wir jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. So. Hm. Oder doch. Aber wir können das Ganze brauchen. Wenn die da drüben sind, die können den Feindant nicht machen. Also, lass uns den Feindant schnell machen. Äh, die Goldfury schnell machen. Die können den Feindant nicht machen. Oh, die wissen, dass wir hier sind wahrscheinlich, oder? Ich wollte mal hier. Verdammt. Jetzt, äh, die wissen, dass wir hier sind. Hm. Oh. Ich dachte, der wäre noch da gewesen. Okay. Das... Nein, oh, Soul! No, Soul! Oh Gott. Sehr gut. Guten Tag. Tschau. Retreat. Wie lange ihr noch könnt. Ich probier's. Ich probier's, uns hier irgendwie rauszubringen. Äh, Soul ist ein riesiges Problem. Die hätten wir noch gebraucht. Die hätten wir noch sehr doll gebraucht. Äh, sie könnten probieren, den Fightdown zu machen. Was hier nicht zu überraschenweise bisher jedenfalls. Äh. Hm. Hm, 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 hm. Bin verwirrt. Warte, kann ich sie hier reinlocken? Komm rein! Holt euch den Anti-Buff. Komm rein! Ah, schade. Ich kann dir schön nerven. Du, darum ging's mich. Ich will nur nerven. So, jetzt sind die hier hinten. Hm. Hm. Ah, ok, bin ich raus. Oh Gott, bitte lass dich nicht trappen. War keine gute Idee. Und er hat sich trappen. Was machst du denn da? Ok, ja gut, das ist da. Nein, danke. Lass mir den Quatsch mal, bitte. Ich hätte immer ne Ult. Also, ich könnte ne Zeit lang noch ein bisschen verteidigen. Ok. Wurten wir kurz rein. Ich seh nichts. Ähm, hier kann ich nicht verteidigen. Es ist nicht gut, dass wir alle fe- Äh, das- Ja, wir verlieren halt beide. Wow. Ist nicht schön. Ähm. Leider, weil es heute auch auf K ist. Es wird mir so gar nicht schön, dass- Na gut, du bist raus. Äh, oder? Ja. Ich probiere zu verteidigen. Ich hab 300 Leben, irgendwie. Äh, gut, keine Ahnung. Oh Gott, du darf mich da nicht rausbekommen, aber... Okay. Haa. Schade. Es ist... Sehr schade. Aber die Runde hat Spaß gemacht, muss ich wirklich zugeben. Es war sehr, sehr cool. Ähm... Ja. Ich glaube, ich schreibe auch jetzt gleich rein, bitte nicht soll reporten. Weil die soll war wirklich gut. Die soll war wirklich, wirklich gut. Und das muss man aber auch lassen. Der hat an sich das Game recarriert bis jetzt. Ich kann auch nicht... Ich weiß auch nicht wirklich, ob es danach... Äh... Ob es danach viel... Äh... Viel verschieden gegangen... Äh... Viel anders gegangen wäre. Don't report so... Please. Don't... So... Is... Good. And... Nice. Just DC. Let's see. Sie... Sie hat's gut gespielt und sie hat uns wirklich weit gecarriert. Ähm... You do. So, okay, by the way. Ähm... Oh. Nice. Wow. I can't imagine... ... ... ... ... Okay. Äh... Gut. Dann, ähm... Danke fürs Zuschauen. Wie schon vorhin gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, äh... Gerne Kommentare schreiben. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Ähm... Äh... Ansonsten, jo. Dann... Danke fürs Zuschauen und abonniert. Falls ihr nicht geplant für noch mehr Smite-Content und Paladins und... Äh... ...Horocompli, was denn sonst alles. Ansonsten, jo. Dann passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.